Briefe von Herrn Müller Warum müssen Sie zum Konsulat fahren, Hausaufgaben, wann Sie wieder in den Kurs kommen? Lösung Sehr geehrter Herr Müller Ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich morgen nicht zum Kurs kommen kann, weil ich zum Konsulat fahren muss und deshalb schreibe ich Ihnen diesen Brief. Sie wussten schon, dass ich meine Familie, die in der Schweiz wohnt, besuchen würde. Deshalb habe ich ein Visum bei dem Konsulat beantragt, damit ich meine Familie besuchen kann. Gestern hat mir das Konsulat einen Termin gegeben, deshalb fahre ich morgen dahin. Es wäre sehr nett von Ihnen, wenn Sie mir bitte die Hausaufgaben pro E-Mail oder mit meiner Freundin schicken könnten, damit ich mich auf die Prüfung vorbereiten kann. Ich hoffe, dass Sie am kommenden Dienstag wieder im Kurs sein könnten. Ich bedanke mich bei Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis. Mit freundlichen Grüßen. Ich bedanke mich bei Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis. Ich bedanke mich bei Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis. Ich bedanke mich bei Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis. Untertitelung des ZDF, 2020